Das heißt, ich muss in einer anderen Reihenfolge da ran, an die ganze Kiste. Ich muss in einer anderen Reihenfolge ran? Ich muss aus denen... Ja, geht ja nicht anders. Ich muss den hier zuerst nach unten bringen. Dadurch... Also, ich muss mir das echt merken, welcher Stein welchen... Oh. Oh. Das schafft für heute nicht mehr. Ich muss mir das wirklich merken, welcher Stein für welchen Schalter quasi gut ist. So, wir müssen jetzt den in der Mitte runterbringen und den kriegen wir wahrscheinlich nur über rechts unten dehnen. So, aber rechts unten kommen wir nur hin, wenn wir rechts offen lassen. Das heißt, ich muss mir echt merken, welcher Schalter für welchen Stein gut ist. Und das schaffe ich nicht. Ich muss mir das ausschreiben. So. It's big brain time. Ja, so ein bisschen. So. Machen wir mir einfach mal jetzt eine kleine Zeichnung. Dann weiß ich nämlich, welcher für was gut ist. So. Jetzt müssen wir ausprobieren. Weil anders geht's nicht. Okay. Ähm. Der macht eins hoch und zwei runter. Gut. Warte mal. Welcher war denn das jetzt, der den linken runter gemacht hat? Mitte irgendeiner. Ich glaube, Mitte oben war der. Mitte oben kommen wir hin. Mitte oben kommen wir hin. Ich habe jetzt mit Absicht den Schalter links unten nicht gemacht. Halt. Richtig. Einziger Nachteil könnte sein. Das wieder in dieses Gestrüpplatsch. Wie immer. Der einzige Nachteil könnte jetzt sein, dass der, wenn ich den Schalter jetzt betätige, dass links runter geht, dass irgendein anderer wieder hoch geht. Das könnte passieren. Jetzt bin ich hier. Hier will ich nicht hin. Nee. Will ich nicht. Geht weg hier offen. Au. Oh Gott, ist das schrecklich. So, wenn ich jetzt... Jetzt bin ich rechts. Ah, ich wollte in die Mitte. Ich wollte in die Mitte oben. Ich hüpfe jetzt einfach mal hier drauf. Komm, scheiß drauf. Ah, nee. Zwei. Und drei nach oben. Okay. Ey, das gibt es doch nicht. Was macht der? Der macht den ersten nach unten. Toll. Nach unten. Okay. Jetzt muss ich irgendwie in die Mitte kommen. Ich hätte echt den links da irgendwie aktivieren sollen. Aber ich muss mir vor allem... Ach, hier komme ich jetzt raus. Aber von hier aus komme ich theoretisch... Ah, okay. Okay, 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 okay. Au. Hier geht es nicht lang. Lass mich doch durch. Okay. Also, der ganz unten rechts macht ganz links den nach unten. So, der oben rechts macht zwei und drei nach oben. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie... an die anderen Steine rankommen. Äh. Warte, 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 warte. Uah. Uah. Das war knapp. Ähm. Hier rein, glaube ich. Mal gucken. Ah. Pilztime. Wo? Ich habe jetzt gerade keine andere Waffe zur Hand. Ich muss die so umbringen. Hm. Das klappt ja auch, theoretisch. Ah, super. Es klappt nicht so super, wie es eigentlich sein soll, aber es ist besser als gar nichts. So, hier komme ich jetzt da rein. Da bin ich jetzt hier oben. Okay. So, und dadurch, dass wir wissen, was der da oben macht, müssen wir jetzt nur noch herausfinden, was der hier macht. Ja, toll. Ganz großes Kino. Der macht die Eins nach oben. So, und wenn ich jetzt hier oben drauf gehe, Mitte runter. Genau. Okay, jetzt muss ich nur noch wissen, was die beiden in der Mitte machen. Die beiden Schalter. Dazu muss ich... Wo muss ich denn da jetzt wieder hin? Oh. Ich glaube, da muss ich... Oh, Mann. Hier rein? Da rein? Jetzt bin ich... Jetzt bin ich wieder rechts. Hier will ich doch gar nicht hin. Ach, Mann. Ich bin in die Mitte. Wie komme ich jetzt nochmal in die Mitte? Oh, hier kann ich mich jetzt heilen. Ha, ha, ha. Und dann kommt gleich wieder die Äffchen. So. Und her, ihr. Kokel euch an, ihr Penner. Ha, ha, ha. Sterbt. Oder stirbt. Ich weiß es nicht. Das kann doch nicht so schwer sein, dieses Rätsel da zu lösen, ey. Himmel, Arsch und Hirn noch mal. Ja. Oh. Na gut, dann gehe ich mal hier rein. Okay. Wo komme ich jetzt raus? Rein. Gehe ich hier? Ist das die Mitte? Ja, das ist die Mitte. Sehr gut. Okay, was macht der? Der macht die Mitte wieder hoch. Oh. Zwei nach oben. Wahrscheinlich macht er irgendeinen anderen noch nach oben. Ich weiß noch nicht welchen. So, und der macht rechts nach unten. So, das heißt, wir haben jetzt quasi eine Kombination. Ich muss das ganz oben links aufdehnen, weil der macht den ersten nach oben, den zweiten nach unten. Dann muss ich muss ich auf den rechts unten, weil der macht den ersten runter. Dann kann ich über den seitlichen Eingang kommen und kann quasi auf die Mitte zugehen und kann oben drauf hüpfen, weil der macht ja den dritten nach unten. Theoretisch. Außer, es macht noch irgendwas anderes. oder sowas. Also. Müssen wir jetzt nach oben links. Theoretisch. Wir müssen jetzt nach oben links kommen. Okay. Oben links. Muss ich gucken, wie ich hinkomme? Ach, hier ist auch noch ein Eingang gewesen. Okay. Wir merken. Weg. Okay, ist richtig. Der macht Mitte runter. Genau. So, und jetzt muss ich nur noch... Da komme ich gar nicht hin. Da komme ich gar nicht hin. Scheiße. Oder? Wie kam ich jetzt nochmal nach unten rechts? Nach unten rechts komme ich über den Heiler, ne? Ich glaube, über den Heiler komme ich da hin. Au. Kam ich nicht hier irgendwo durch? Hier war doch irgendwo ein Eingang. Ah. Hilfe. Hier. Äh. Was ist denn so ein Heiler-Ding? Äh. Ja, das ist jetzt doof. Komme ich jetzt da hin? Boah. Geh weg. Blöder Affe. Ich muss hier rein. Geht gar nicht anders. Ich muss genau hier in den Rumpelraum und da kann ich unten rechts aus dem Ausgang. Hier komme ich raus. Okay. So, jetzt bin ich draußen. Ich muss jetzt irgendwie... ...da hin. Aber von hier aus... ...komme ich doch da gar nicht hin, oder? Doch, ich muss in der Mitte hoch. Geh kaputt. Oh ja, nehme ich. So, okay. Dann komme ich nämlich jetzt hier lang. Und dann da oben. Oh. Ja. So, warte. Jetzt muss ich... ...da rein. Und dann kann ich, wie gesagt, über den Heiler... ...hoch hüpfen. Wenn ich jetzt nicht falsch liege. Da rein muss ich. Ich hoffe, dass ich da jetzt richtig liege. So, da kann ich nämlich einmal noch die Heilung fix mitnehmen. Und bevor mir die Affen hier auf den Geist gehen. So. Nein. Wenn es schnell gehen muss. Oh. Bitte, 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 bitte. Richtig. Ja, ich bin richtig. Runter. Nein, der macht den in der Mitte wieder hoch. Fuck. Das habe ich nicht aufgeschrieben, weil ich es nicht gesehen habe eben. So. Und ich muss jetzt quasi den in der Mitte noch runterbringen. Aber wie schaffe ich denn das jetzt? Oh. Wenn man nicht weiß, was alle Kombinationen sind insgesamt, ne? Dann ist das blöd. So. Welcher macht denn jetzt die zwei runter? Der erste. Ach, Leute. Ich weiß, ich kenne halt nicht alle Kombinationen jetzt auswendig. Beziehungsweise... ...müsste ich es mir erst mal angucken. Ich muss jetzt irgendwie wieder in die Mitte kommen. Theoretisch. Ich muss das aber heute schaffen, weil bis nächste Woche merke ich mir das nicht. Auf keinen Fall. Oh Mann, ey. Jetzt müsste welcher den noch damit runter machen. Es ist natürlich blöd, wenn alle Steine immer einen runter machen und einen hoch machen. Das ist natürlich dann extrem doof. Boah, das kann doch nicht wahr sein. Scheiße. Ah. Oh Mann. So, ich geh mal hier rein. Ich muss jetzt erst mal irgendwie einen Überblick verschaffen. Wo, wie und was. So. Hier komm ich. Ich glaube in die Mitte. Genau. So, bei dem weiß ich, dass der den zweiten nach oben macht. Aber... Der macht alle nach oben. Der macht alle nach oben. Das ist ja scheiße. Oh je. Der macht den dritten nach unten. So, jetzt ist die Frage. Wenn ich jetzt oben links drauf hüpfe, bringt mir das nichts. Shit. Oh, nee, nee. Ich muss jetzt... Tja. Ich hab echt keine Ahnung, wie das gehen soll. Weil... Der, den die eins nach unten macht, der ist unten rechts. Unten rechts macht aber auch die zwei nach oben. Die zwei geht nur runter. Wenn ich oben links den betätige, der wiederum macht die eins nach oben. Also, Tabu ist der unten in der Mitte. Den, den ich gerade gemacht habe, weil der macht alle drei Steine hoch. Der ist Tabu. Den darf ich nicht benutzen. Ich müsste... Ja, das hebt sich halt gegenseitig auf. Das ist doch scheiße. Ich hab echt keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ich weiß es wirklich nicht. Weil wie gesagt... Oben links der. Mach den ersten Stein nach oben, den zweiten nach unten. So, damit hätten wir den in der Mitte schon mal unten. Links den bekomme ich nur nach oben den Stein. Wenn ich auf unten rechts diesen Knopf gehe, der wiederum... macht den zweiten nach oben. Den ich mit... oben links runter gemacht habe. Also, es kann rein theoretisch nur noch sein, dass der hier oben, also der hier, der Schalter, noch irgendwas anderes macht, außer den dritten nach unten. Und unten links der Schalter bewirkt, dass ich quasi den ersten Stein nach oben bewege. Aber er muss noch irgendwas anderes bewirken. Wahrscheinlich... Keine Ahnung was. Ich kann es euch nicht sagen. Ich habe echt keinen Plan. Ich komme aber auch gerade echt nicht mehr klar. So. Das ist halt echt gerade so ein bisschen schwierig. Diese Rätsel hier zu machen... Ach Gott. So, jetzt bin ich hier. Okay. Zu dem Stein wollte ich ja. Beziehungsweise zu diesem Schalter wollte ich. Wie gesagt, wenn ich auf den hüpfe, geht der erste Stein nach oben. Und... Er geht aber wieder nach unten. Ah. Okay, ich glaube, ich habe die Rätsel, das Rätsel, die Lösung gefunden. Das heißt, ich müsste jetzt theoretisch... oben auf den Schalter... Weil dann geht der zweite nach unten. Also der in der Mitte, der Stein in der Mitte geht nach unten. Der erste geht zwar nach oben, aber wenn ich unten links den Schalter wieder drücke... ...müsste das passen. Jetzt ist wieder nur die Frage, wie komme ich jetzt nochmal oben auf das Plateau drauf, um an den Schalter oben zu kommen. Beziehungsweise... Warte mal, das war der Raum, der gerumpelt hat. Das war der Rumpelraum. Der Rumpelraum... Vielleicht kriege ich es hin. Vielleicht kriege ich es hin. Vielleicht kriege ich es hin. So, das heißt, ich muss jetzt... Äh... In den Raum, wo es rumpelt. Und da muss ich rechts den Teleporter benutzen. Ich glaube, wenn ich hier reingehe, müsste ich da direkt hinkommen. Ich guck mal. Guck mal. So, den Teleporter benutzen. Dann komme ich wieder nach ganz links. Genau. Hüpfe jetzt auf den Stein drauf. Der geht in der Mitte, der runter. Links, der geht hoch. Richtig. Wenn ich jetzt unten auf den hüpfe, müsste der ganz links nach unten gehen. Bitte. Ja. 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 Jetzt ist nur noch die Frage, wie komme ich nochmal da oben links? Wie komme ich nochmal... Links in die Mitte, meine ich. Wie komme ich jetzt da nochmal hin? Scheiße, wie komme ich da nochmal hin? Fuck. Ich weiß es nicht mehr. Äh... Warte mal, wie komme ich denn da jetzt hin? Ich habe mir alles andere gemerkt, nur nicht, wie ich da hinkomme. Äh... Wie komme ich denn da jetzt nochmal hin? Fuck. Ich habe mir das nicht gemerkt. Ich habe mir alles andere gemerkt, nur das nicht. Das kann nicht wahr sein. Wie kam ich denn hier rüber? Ich glaube, hier ist richtig. Ah... Lass mich doch mal durch. Ich glaube, ja, 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 hier ist richtig. Ich meine, der müsste richtig sein. Komm schon. Ja! Wir haben es geschafft. Oh, was ein Kreuz. Uff. Was ein Kreuz. Das kannst du dir nicht ausdenken, ey. So, okay. Wo bin ich jetzt? In einem großen, leeren Raum? Das kann nicht sein. Oh. Oh. Vergiss es, Unbehater. So ein hässlicher Fugger bekommt unseren Wein nicht. Ich will doch gar nicht euren scheiß Wein. Verschwinde, Junge. Du kannst mich nicht besiegen, Unbehater. Auf keinen Fall. Du kannst mich nicht besiegen, Unbehater. So. Ne? Ich denke, das war ein ganz legitimes Mittel, um so zumindest mehr als die Hälfte zu dezimieren. So. Okay. Gut. Wir haben doch voller Health. Und ich habe nicht das Schwert benutzt. Ich habe meine normale Schriftrolle benutzt, die ich sonst auch benutzen darf. Hm? 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 Ja, alles legitim. So. Okay. Wo bin ich denn jetzt? Sind wir hier irgendwo draußen? Hier möchte ich eigentlich nicht runterhüpfen. Ich muss da aber wahrscheinlich auch nicht runterhüpfen. Oh, bitte nicht. Wo komme ich da lang? Wo komme ich da lang? Ah, ich glaube, wir sind richtig. Oh, wir sind richtig. Uh.